Wenn man diesen Begriff 1 zu 1 ins Deutsche übersetzen würde, hieße es Körperdoppelgänger. Und genau darauf läuft es auch hinaus. Bodydubel werden immer dann bei Film und Fernsehen eingesetzt, wenn sich der zu dubelnde Schauspieler entweder weigert, gewisse Szenen zu spielen – so zum Beispiel bei bestimmten Liebesszenen – oder aber es im Genere nicht möglich ist, den Anforderungen der Rolle in einigen Dingen gerecht werden zu können. So beispielsweise, wenn sein Charakter schwimmen müsste, der Darsteller jedoch nicht Schwimmer ist, etc. pp. Dabei ist es natürlich dann enorm wichtig, dass der Körperbau des Dubels vom äußeren Erscheinungsbild her so dicht als nur irgendwie möglich an den des zu dubelnden heranreicht. Oft werden dann auch nur die Körperregionen von der Kamera eingefangen, die für eine bestimmte Szene letztlich tatsächlich gebraucht werden, sodass die Kamera also darauf bedacht sein muss, den Kopf visuell nicht mitzufilmen. Ist dies jedoch vonnöten, muss entweder eine sehr starke Ähnlichkeit mit dem eigentlichen Darsteller bestehen, obwohl es allerdings auch jene Situationen gibt, wo der Kopf des eigentlichen Stars später nachträglich auf den Körper des Dubels technisch aufgesetzt wird. Vergleichen kann man das also sehr gut mit der Arbeit von Stuntments. Nur eben, dass diese, anders als Body-Double, dann für wirklich krass gefährliche Drehszenen eingesetzt werden. Interessant allerdings ist die Tatsache, dass Dubel immer wieder auch in jenen Momenten eingesetzt werden, wenn der eigentliche Schauspieler entweder von ganz fern oder von hinten gefilmt wird, da dies den Produktionsfirmen finanziell deutlich günstiger kommt. Ein Beispiel von so vielen ist dabei die finale Folge der 12. Staffel von Two and a Half Men, als in den letzten Sekunden der Sitcom Charlie Harper auf die Haustür zugeht. Da Charlie Sheen, der diese Figur verkörperte, zu der Zeit, die doch schon lange nicht mehr zum Cast gehörte, musste ein Dubel her, welches kameratechnisch von hinten gefilmt wurde. Wenn euch diese Szene interessiert, so könnt ihr nun gerade auf die obere rechte Ecke meines Videos klicken, um euch das Ganze einmal anschauen zu können.